So, willkommen zu diesem Video. Jetzt gibt es hier 30 Jahre deutsche Einheit und ich weiß nicht, wie ich das jetzt mit Leuchten und Filmen gleichzeitig machen soll. Ich versuche das jetzt mal. Yeah, naja. Und am 13. Oktober war außerdem noch sechs Jahre Pyro-Videos aus meinem Kanal. Naja, wie man es halt erwarten kann, von dem Panda Silberkreisel machen wir mal einen Flair-Krenet. Das ist doch eine andere Nummer. Nochmal hier so ein Party-Papa. Der war schön lauter. Links steckt noch drin das Zeug. Auch gut. Der Keller-Feuer-Räger, der Silberne. Das ist natürlich der Goldene. Ich lerne es nie. Ich lerne es echt nicht. Dann ist das der Silberne. Panda-Flotte-Biene. Dann gegen Nico-Tolle-Biene. Na nu, die war ja sogar auch super gut. Hier die Nico-Tolle-Biene mit Bildchen. Boah, fähige Teile. So, noch ein Party-Papa und dann hier noch ein paar andere Artikelchen. Jawohl, da ist es. Natürlich hier passend. Made in Germany, 30 Jahre Deutsche Einheit. Räbe-Fläche. Ja, heute einfach mal Silber zuerst. Oh, nicht auf die Fahne. Na ja, okay. Das ist doch ein Goldregen, Leute. So, zum Vergleich. Einfach mal Nico-Silberbläten hinterher. Oh. Da kommt überhaupt nichts dran. Das ist richtig geil. Da gibt es jetzt direkt meinen Wego-Dickenbrummer XXL. Ja, heutige halt. Aber neue Sache hier. Und zum Abschluss des Traction-Discs von Leslie in Rot und Blau. Zuerst Rot. Kommt da noch was? Mist. Erstmal schauen, was der Blaue macht. Ui, ui, ui. So sollte es eigentlich sein. Okay, zum Abschluss zünde ich das jetzt nochmal mit dem Kellerfeuerkressel aus Sicherheitsgründen nach. Das wird klappen. Zumindest kam es jetzt nicht mehr als Stichflamme raus, aber es ist verbrannt. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Video.